Das ist Teresa, eine temperamentvolle junge Frau aus Tschechien, die eigentlich sehr glücklich ist. Doch sie vermisst jemanden. Ein Mann. Doch nicht irgendein Mann, sondern ihren Vater, der die Familie schon sehr früh verließ, als Teresa noch sehr klein war. Sie weiß, dass er Deutscher und in Berlin geboren ist. Ob er noch lebt, das weiß sie nicht. Peter Karl-Heinz Peetsch soll er heißen. Was sie hat, ist nur dieses eine Foto von ihm, das es ihr unmöglich macht, ihn zu finden. Teilt dieses Video, um Teresa eine Chance zu geben, doch noch ihren Vater kennenzulernen.